Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Tele-Stammtisch. Auch heute gibt es wieder drei Filmbesprechungen bunt durchmicht, einen brandneuen Film, eine Neuauflage und einen Film, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Kurzum, in dieser Ausgabe erwartet euch zunächst die Besprechung zum Film Port Authority, ein Filmdrama, das ursprünglich, glaube ich, in die Kinos kommen sollte, bei dem noch nicht ganz sicher ist, wo man letztendlich den zu sehen bekommt, aber uns stand der Screener zur Verfügung und den haben sich Britt-Marie und Patrick angeschaut und dazu etwas Kleines aufgenommen. Anschließend gibt es eine, ja, Serien-Staffelbesprechung zu The Twilight Zone, eine Art Neuauflage, ich habe keine Ahnung, ich kenne nicht mal das Original, aber hier waren es Patrick und Lasse, die sich, ja, durch die Folgen gekämpft haben, mehr verrate ich nicht, außer, dass es die erste Staffel eben dieser Neuauflage von 2019 zur Zeit auf TVNOW gibt. Den Abschluss bildet ein furioses Trio. Sarah, Stu und Sven haben sich erneut zusammengefunden und besprechen den zweiten Teil von John Wick, John Wick 2, der auf Netflix läuft und, ja, auf die drei, glaube ich, richtig Bock hatten. Viel Spaß dabei und auch bei den anderen Besprechungen natürlich. Es lohnt sich wie immer reinzuhören. Ich glaube, gerade in dieser Ausgabe haben wir eine große Spannweite, was die Qualitäten dieser ausgewählten Filme und Serien anbelangt. Ich bin erstmal fertig und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch zusammen mit Patrick. Hi. Und mit mir, Britt-Marie. Und wir stellen euch heute einen Film vor namens Port Authority. Ein Filmdrama von Daniel Lesowitz, den ich persönlich nicht kannte. Also Drehbuch und Regie, oder nee, entschuldige, Daniel Lesowitz. Das ist eine Frau, oder? Ja. Ja, Shame on me. Ich habe es als Daniel gelesen. Wobei es im Zusammenhang mit den Filmen sogar fast passend wäre. Ja, okay. Aber ich kannte sie nicht. Also ich weiß nicht, kanntest du sie oder arbeiten von ihr? Nein, nein. Das ist bei mir auch das erste Mal. Okay. Und der Film sollte 2019 rauskommen, beziehungsweise ist 2019 rausgekommen. Und zwar im Rahmen der internationalen Filmfestspiele von Cannes. Dort hatte er seine Premiere gefeiert und war jetzt angedacht eben für 2020 in den deutschen Kinos. Aber wir wissen ja alle, dass das im Moment nicht geht. Und ja, wir haben aber trotzdem die Möglichkeit gehabt, uns das Ganze anzuschauen. Und werden uns da jetzt ein bisschen mit beschäftigen. Worum geht's so grob in dem Film? Es geht um einen 20-jährigen Streuner, kann man sagen. Der soll sich eigentlich mit seiner Schwester treffen, die sich um ihn kümmert. Taucht nicht auf und so steigt er ein bisschen mehr ab in New York City an so einem zentralen Bahnhof. Der Port Authority heißt's. Ja. Und da gerät er dann an so eine Gruppe jugendlicher Krimineller. Zeitgleich verliebt er sich in eine farbige Transgender. Und dass das irgendwann zu Konflikten sorgt, ist irgendwie klar dann. Ja, und der Film ist FSK 12 und 105 Minuten lang. Beziehungsweise, also ich hätte gedacht, ehrlich gesagt, der war ein bisschen kürzer. Aber laut Statistik sind es 105 Minuten. Und ja, also du sagst, er trifft auf eine Gruppe von Kriminellen. Klar sind das Kriminelle, aber das klingt jetzt so, als würden die irgendwie irgendwo einbrechen und was klauen oder so. Also das ist mehr oder minder, es geht mehr so Richtung Drücker und Schieberbande. Also die werden eingestellt von Vermietern, um ihre Mieter quasi rauszuekeln. Also anzurücken und Leute, die ihre Miete nicht gezahlt haben oder die da irgendwie mit viel mehr Leuten in den Wohnungen wohnen, als sie sollten, zu drohen und solche Dinge. Also und da ist er dann mit dabei in dieser Truppe. Also das ist zwar auch kriminell, aber das ist nicht kriminell, ich erschieße jetzt Leute, sondern mehr so kriminell. Ich mache ihnen Angst, so nach dem Motto. Das ist mehr dieses Kriminelle, du kriegst nichts vom Arbeitsamt und sonst wie vermittelt. Deswegen musst du dir irgendwie zu helfen wissen, die Art kriminell. Ja, also ich meine für die Hauptfigur ist es ja auch wirklich so, dass er, also der wirkt schon von Anfang an sehr verloren. Also er kommt da eben an diesem Bahnhof an und man merkt und man hört dann eben, dass seine Halbschwester ihn angeblich hätte abholen sollen, aber die ist nicht aufgetaucht. Und dann wird er ja auch in der Bahn, wo er schlafen möchte, weil er nicht weiß, wo er irgendwie pennen soll, ja überfallen und von zwei Jungs verprügelt. Und sein Handy wird ihm abgenommen und da schreitet ja dann eben, Lee heißt er glaube ich, schreitet dann ein. Und so gerät er eben an diese Jungs, ja. Und er organisiert halt ein Bett für ihn und wo er halt schlafen kann. Und das ist zwar im Endeffekt nur ein Obdachlosenheim, wo eben auch Leute unterkommen können. Vor allen Dingen, wie man später dann in der Firma auch erfährt, wohl Jugendliche, die vorbestraft sind. Und das erfahren wir dann später im Film auch, dass die Hauptfigur eben wohl auch aus dem Jugendknast kommt. Also er hat wohl auch irgendwas angestellt, was ihn in den Knast gebracht hat. Naja, und er wirkt von Anfang an ganz verloren und findet da erstmal ersten Halt in dieser Gruppe, ja. Und die zweite Gruppe, auf die er dann trifft, wie du schon gesagt hast, in die kommt er ja im Grunde rein, weil er sich verliebt, nämlich in Y, die sich ja dann später eben als Transfrau herausstellt. Genau. Das Ganze spielt ein bisschen so in der Subkultur von der Ballroom-Szene. Ich weiß nicht, sagt ihr dir das was? Ich hab das danach erst gegoogelt. Ich kannte es davor tatsächlich nicht. Okay. Ja, also die Ballroom-Szene ist sehr stark mit New York der 80er verhaftet. Wer das nicht kennt, dem möchte ich hier einmal Paris is Burning empfehlen. Das ist eine Dokumentation über eben diese Subkultur, vor allen Dingen der 80er in New York, wo eben LBGTQAI Plus, ich muss überlegen, hab ich alle Buchstaben jetzt zusammen, Leute unterwegs sind. Und da gibt es, ja, das ist eine ganz spezielle Kultur für sich. Da gibt es also Häuser, die Familien entsprechen. Die Häuser sind in der Regel nach Designern benannt, also Haus von McQueen und Haus von Dior und so weiter. Und die haben, ja, Wettbewerbe miteinander, Tanzwettbewerbe. Es gibt Kategorien, in denen man auftritt. Also die läuft man, man sagt, man läuft Kategorien, man läuft also auf so einem Laufsteg. Und da gibt es eben die Kategorie Face, wo man eben das Gesicht präsentiert und eben versucht, sich und sein Gesicht und den Ausdruck so gut es geht zu verkaufen. Und dann gibt es irgendwie die Kategorie Buddy, wo man eben den ganzen Körper und wie man halt also in den Mittelpunkt stellt. Und natürlich auch die Outfits und so weiter, das ist alles ein sehr, sehr schräg. Aber das vereinigende Motto sozusagen des Ganzen ist halt Inklusivität. Also, dass eben keiner ist ausgestoßen. Aber es sind schon sehr, sehr starke Regeln innerhalb dieser Subkultur. Und ja, das ist alles nicht so einfach. Unter anderem, dass man keine Beziehung hat mit der Person aus dem eigenen Haus. Zum Beispiel, genau. Weil das so ein bisschen ist wie Inzest. Ja, man schläft halt nicht mit seiner Schwester oder mit seinem Bruder, genau. Man kann das ein bisschen vergleichen mit diesen College-Gruppierungen, die Delta Cubes und so. Also, so ähnlich, nur eben dann umgemünzt auf diese LGBT-Gtu-Community. Ja, es ist nicht, also, hm, ja. Es ist nochmal ein bisschen komplizierter, aber ja, im Groben kann man sich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen. Naja, und in diese Kultur rutscht er halt rein durch seine Freundin dann. Beziehungsweise, er erfährt auch erst später, dass sie trans ist, was er auch irgendwie, also was für ihn auch nicht so einfach ist wohl. Aber er akzeptiert es dann. Und ich glaube, die Problematik, die wir hier sehen, ist, dass diese Hauptfigur immer zwischen diesen beiden Gruppen, denen er angehört, hin und her pendelt. Auf der einen Seite fühlt er sich eigentlich wohl in dem Haus seiner Freundin, in dem Haus of McQueen. Und da zugehörig, weil eben auch Inklusivität und alle sind willkommen. Auf der anderen Seite ist er aber eben auch unterwegs in dieser Gruppe von Lee und diesen Halbkriminellen, die eine sehr veraltete, sehr toxische Form von Maskulinität leben und auch Ansicht haben. Also da heißt es ja immer die ganze Zeit, ja, du Schwuchtel und bist du etwas schwul und so. Also dieses ganz Klassische, sehr toxisch männlich auch. Und da will er sich natürlich auch nicht die Blöße geben, dass er was mit dieser anderen Gruppe zu tun hat. Und schwankt er immer hin und her und weiß irgendwie nicht, also ich habe das Gefühl, er weiß nicht so wirklich, wo er dazugehört und wie er sich verhalten soll und welchen Codes er folgen soll. Also der ist wirklich total verloren. Ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, der Junge hat wahrscheinlich seine zwei, drei Chancen schon verbockt und er weiß jetzt nicht, welche dieser Chancen soll er ergreifen und ob er das nicht auch wieder verbocken könnte. Deswegen kann man seine Unentschlossenheit da schon ein Stück weit nachvollziehen. Ja, ich weiß nicht. Das Ganze, also als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist ein Film, der dreht sich um Identität, um Geschlechterrollen. Also so dieses ganz Klassische, weil er ja dann eben auch auf eine Transfrau trifft und davon halt überrascht ist und dass man sich dem Ganzen vielleicht annähert oder so. Ich dachte, das spielt sich so eine Art, so ein bisschen so eine Romeo und Julia Geschichte ab, aber eben im Transmilieu mit Inklusivität, Geschlechtererforschung, bla bla. Und das war es ja dann eigentlich nicht. Das wurde sehr oberflächlich abgehandelt. Ja. Und der Moment, wo es dann vielleicht zur Entscheidung kommen könnte, da bricht der Film dann eben auch ab. Richtig. Also es geht ja in erster Linie, ich glaube, man kann sagen, der Film, ja, was erforscht der Film? Erforscht eine Biografie eben dieser Hauptperson, die irgendwie, ja, nicht richtig weiß, wo sie hingehörten, einen Pfad im Leben für sich sucht. Der Film ist für mich so unentschlossen. Wie der Hauptdarsteller selber. Genau. Ja, das stimmt. Er ist so ein bisschen Milieustudie, er ist so ein bisschen Biografie über ihn, dann schneidet er gewisse Themen an, ohne das ganz zu Ende zu denken. Dafür, dass man das aber dann verkaufen wäre als, hm, mach dir selber deine Gedanken, dafür stoßen sie nicht genug an, um vielleicht zum Nachdenken anzuregen. Ja, also es ist schon so, man erwartet das eine und man bekommt das andere und das kann positiv sein, aber hier hat man wirklich nur das Gefühl, dass irgendwie so ein bisschen der stringente rote Faden fehlt. Also es werden, finde ich, schon teilweise ganz interessante Dinge angestoßen, wo man sich vielleicht auch als Zuschauer wünscht, dass man da noch mehr in die Tiefe gehen würde oder noch ein bisschen mehr so bestimmte Aspekte erforschen würde. Gerade auch in Bezug auf die Ballroom-Kultur und wie er da eben vielleicht auch reinpassen könnte, wie er sich versucht, da auch eine Familie zu suchen. Ich finde auch die andere Gruppe zum Beispiel, um diese Bande, die da eben diese Umzüge macht, die ist sehr schablonhaft, also da bekommt auch keiner von den Figuren irgendwie eine größere Tiefe. Also das sind die Bösen, ja, und dass da vielleicht auch mal ein bisschen mehr in die Tiefe sind, oder dass mehr Grau ist, dass da ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen wird, weil man ist ja nicht so automatisch von vornherein, das kriegt man gar nicht. Also viele Figuren sind sehr oberflächlich, sehr schablonhaft und auch bei den Hauptfiguren gehen sie mir nicht so sehr in die Tiefe, wie ich das gerne hätte vielleicht. Also die Hauptfigur selber, ja, ich finde auch Y, also die Transfrau auch, aber immer wenn man das Gefühl hat, jetzt möchte ich noch mehr erfahren, dann bricht es ab und es kommt irgendwas anderes. Oder, oh, das ist jetzt eine interessante Beobachtung, Schnitz und wir sind wieder bei der anderen Clique. Ja, richtig, genau. Also das ist, ja, das ist, und, also, ganz ehrlich, wenn dieses Hin- und Herschneiden oder dieses Abweichen in Momenten, von denen man sich wünschen würde, dass sie tiefer gehen würden, wenn das ein absichtliches Konstrukt ist, um die Zerrissenheit der Figur auch auf Metaebene zu zeigen, dann würde ich sagen, ist diese Regisseurin ein Genie. Ich glaube aber nicht, dass es Absicht war. Ich glaube es auch nicht. Es erfüllt komischerweise dann trotzdem den Zweck. Hier steht ja, es ist der Debütfilm von ihr. Sie hat das noch nicht ganz gelernt. Für einen Debütfilm ist das wirklich solide und clever beobachtet. Ich wäre mal gespannt, wie dieser Film aussehen würde, wenn das ihr dritter oder vierter Film wäre. Wie dann vielleicht der Fokus verrutscht werden würde. Ja, ja, vielleicht, ja. Grundsätzlich, also, also der Film hat schon, wie gesagt, gute Momente und es ist vielversprechend für eine Anfängerin. Also, wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Ja, hast du noch irgendwas, was dir noch besonders aufgefallen ist? Oder wollen wir schon zur Punktevergabe, zum Zusammenfassen kommen? Ich fand es ein bisschen schade, dass dadurch, es hat in New York gespielt, aber man hatte auch da nicht viel Wiedererkennungswerte. Man hat da eher so diese kleinen Ecken gezeigt, die dann auch sonst wo sein könnten, auch zum Beispiel in Frankfurt in irgendwelchen Clubs. Ja, okay. Das stimmt, Club ist Club. Also, das ist schon richtig. Ich glaube, was halt wirklich sehr prägnant ist, ist diese Ballroom-Szene. Also, die ist, die gehört zu New York. Also, New York ist die lange Jahre eine der wenigen oder nicht, wenn nicht die einzige Stadt gewesen, wo es diese Ballroom-Szene so gab. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Aber deswegen ist es so klar, dass es einfach New York sein muss. Also, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Wenn man sich damit nicht so auskennt, klar, dann hast du recht. Also, kann es auch überall gespielt haben. Nein, das meine ich ja. Es ist wirklich, wenn man da nicht das Auge für hat und das werden viele nicht haben, dann ist es austauschbar. Wie fandest du denn die Hauptdarsteller? Ich fand die gut gewählt. Die haben diese innerliche Zerrissenheit wahrscheinlich besser rübergebracht als das Drehbuch. Ja. Also, von mir aus kann man die öfter sehen, auch in Rollen, wo sie ihr Schauspiel ein bisschen besser ausleben können. Aber so für einen Debütfilm, falls das auch erste Rollen von denen waren, haben sie absolut solide Arbeit gemacht. Das kann ich jetzt, ehrlich gesagt, gerade gar nicht sagen. Aber ich kannte sie zumindest auch nicht. Also, genau. Ich finde also, die Hauptfiguren verbessern den Film deutlich. Ja. Also, das ist das, was du gesagt hast mit, sie haben das wahrscheinlich sehr viel besser dargestellt, als es wirklich im Drehbuch stand. Aber ich meine, gut, das ist ja auch Aufgabe eines guten Schauspielers, da so viel rauszuholen, wie geht. Also, da muss ich sagen, das war auch das, was mich in erster Linie an dem Film dann gehalten hat. Also, ich fand ihn zwischendurch ein bisschen langartig, wo ich dachte, aber die Hauptdarsteller haben es dann rausgerissen. Man wollte ja trotzdem irgendwie wissen, wie geht es mit denen weiter? Ja, absolut. Um dann am Schluss gar nichts zu wissen. Ja, aber ist es, was ist es denn? Ist es, also, das ist ja wieder diese Frage, es entzieht sich so ein bisschen auch der Zuordnung. Ist es ein Liebesfilm? Ist es eine Biografie? Ist es ein Drama? Oder was, was, was? Ja, es ist irgendwie alles und nichts. Ich würde sagen, es ist so ein Stück weit alles von dem, was du gesagt hast, aber hauptsächlich so ein Slice-of-Life-Film. Mhm, ja. Also, wirklich so ein kurzer Abschnitt im Leben von diesen Personen. Ja, ja. Nicht mehr und nicht weniger. Das Ende übrigens ist ja deshalb nochmal besonders ironisch. Also, er entscheidet sich ja dann offen, also, das denke ich, können wir es beantworten. Spoilern. Er entscheidet sich ja dann für eine Gruppe und versucht da ja auch reinzukommen. Also, die Chance, dass es übrigens klappt, ist, glaube ich, bei Null. Aber, dass er dann am Ende auch sagt, also, er möchte jetzt eine Art Probetraining machen und welche Kategorie er dann laufen will und dann sagt er, White Boy Realness. Die Kategorie gibt es natürlich nicht, ja. Aber, dass er das halt so bringt, das ist natürlich, ja, es ist clever. Und sagt natürlich auch noch eine ganze Menge aus über, ja, wie das kann, also über so, also gerade am Ende noch so über, ja, also Geschlechter und Identitäten und so. Also, also, es ist nochmal, ich finde, es ist ein nettes Ende, aber es ist natürlich keine Auflösung, da hast du recht. Es kann sein, dass das dann vielleicht für den normalen Zuschauer, der sich ein bisschen mehr erwartet hat oder wissen wollte, wie denn jetzt zum Beispiel auch diese Beziehung ausgeht, enttäuschend sein könnte. Oder auch für den normalen Zuschauer, der dann von diesem Film ein Drama erwartet und auch eine charakterliche Entwicklung in diesem Drama, der könnte dann auch enttäuscht werden. Ja, vor allen Dingen, ich weiß auch gar nicht, ob diese Ironie am Ende mit dieser Kategorie White Boy Realness, ob das die meisten verstehen, also, dass das eben ironisch gemeint ist. Nicht, dass dann einer, der sich mit dieser Szene gar nicht auskennt, irgendwie sagt, hä, verstehe ich nicht und was ist daran jetzt so interessant? Ich denke, das wurde erklärt, indem sie ihn ja damit aufgezogen hat und hat gesagt, ja, ich würde dich eher so in der Gruppe White Boy Realness sehen. Okay, gut. Und da hat sie dann auch ziemlich geschmunzelt und auch dieses Auditorium schmunzelt dann auch ziemlich, als er das dann sagt, wenn er Glück hat, dann sagen sie, ja, okay, du bist der Erste und der Beste jetzt in deiner Kategorie, du gewinnst deswegen. Wenn nicht, ist er halt dann direkt außen vor und kann sich wieder zu seinen kriminellen Freunden begeben. Wir wissen es nicht. Ja, ja, ja. Ja, also, ja. Ich glaube, ich glaube, ja, mehr können wir da auch jetzt auch gar nicht so richtig auspulen. Nee, da gibt es auch nicht allzu viel zu spoilern. Genau. Ja, dann lass uns doch mal nochmal, also ich denke, man hat schon rausgehört, was wir von dem Film halten. Lass uns doch mal auf einer Skala von 1 bis 5 sagen, 5 das Beste, 1 das Schlechteste, wie wir es denn fanden. Hm, wie fandest du es? Ich würde dem Ganzen, also ich fand es durchaus solide, da waren durchaus auch interessante Ansätze, aber es war ausbaufähig. Wenn, dann würde ich dem eine 3 von 5 geben, durchschnittlicher Film. Dafür ist er dann doch ein bisschen zu interessant, deswegen, ja, halber Punkt geschenkt, um es ein bisschen über den Durchschnitt hinauszuheben. Lustigerweise habe ich auch drei Punkte gedacht, weil genauso, wie du sagst, es ist ein solider Film, also der ist nicht schlecht wirklich, aber er ist halt nicht wirklich ausgereift. Er könnte an einigen Stellen viel stringenter und besser sein und die Botschaft, die er eigentlich durchbringen möchte oder behandeln möchte, noch sehr viel klarer ausdrücken. Also das ist ja das, was uns so ein bisschen fehlt, so dieses nicht richtig irgendwie zu Potte kommen. Und er war aber unterhaltsam genug und man kann ihn sich anschauen. Die Frage ist, für wen ist dieser Film geeignet, für welches Publikum? Also man kann natürlich ganz labidar sagen, irgendwie für alle. Aber ich glaube, man sollte sich schon so ein bisschen so für Gender und Identity und diese ganzen Stichworte, ich glaube, das sollte schon was sein, was einen so grundsätzlich interessiert. Und für Leute, die vielleicht Milieustudien mögen, so Slice-of-Life-Filme. Ja, Selbstfindungsgeschichten vielleicht auch so ein bisschen, so in diese Richtung, ja. Coming of Age auch. Ja, ja. Ja, so ein bisschen. Ja. Es ist schon einer, der noch nicht ganz erwachsen ist, kann man schon so sagen. Ja, das stimmt schon, das ist richtig, ja. Genau, also für diejenigen wäre das, glaube ich, ein Film, den man sich gut mal an so einem verregnerischen Abend anschauen kann. Und dann geht man mit was Solidem nach Hause. Oder ins Bett, oder wie auch immer. Wir sind alle aktuell zu Hause, also ich denke, die werden ein Film zu Hause irgendwo streamen, wenn das geht. Sehr schön. Das ist eben das verdammte 2020. Ja, naja. Gut, dann. Aber legal streamen dann bitte. Ja, natürlich. Hallo? Was anderes hätte ich jetzt überhaupt gar nicht gedacht. Ja, mal schauen, also mal gucken, wann der Film in die Kinos kommt. Und ich hoffe, er kriegt dann auch eine Chance. Es ist natürlich so ein bisschen auch klassischer Indie-Film. Die tun sich ja immer ein bisschen schwer. Und für einen Starter, also für ein Erstlingswerk, ist es natürlich wirklich schade, dass das jetzt in so eine Zeit reingerät. Aber, ja, kann man halt nichts machen. Ja, vielleicht wäre es für den Film hilfreicher, wenn Netflix da diese Nische bedient. Und die haben doch schon eine LGBTQ-freundliche Community, wenn sie es da raushauen als Tipp. Vielleicht sind sie damit gar nicht mal so an der falschen Adresse. Mhm, ja. Naja, dann halten wir mal die Augen offen und gucken, wo wir ihnen in Zukunft vielleicht nochmal über den Weg laufen werden. Wunderbar. Klar. Dann war es das von uns beiden, oder? Genau, bis die Tage wahrscheinlich. Macht's gut. Tschüss. Wir reisen durch eine andere Dimension. Eine Dimension nicht nur des Hörens und des Fühlens, sondern auch des Denkens. Sie ist das Reich zwischen Mainstream und Nische. Zwischen Debatte und Meinungsstreit. Und sie liegt zwischen dem Abgrund unseres Hasses und dem Gipfel unserer Liebe. Wir reisen durch eine Dimension des Fandoms. Wir treten hinüber. In die Podcast-Zone. Da-da-da! Da-da-da-da-da-da! Damit herzlich willkommen bei Tele-Stammtisch. Hi. Das klang jetzt fast schon wie eine Einleitung zu den Angry-Film-Fans. In gewissem Sinne, ja. Vielleicht ist hier auch so eine Semi-Rückkehr von Vorteil. In diesem Fall wären es dann aber Angry-Serien-Fans. Ich bin der Lasse und bei mir ist der Patrick. Hi. Ja, und heute sprechen wir über das Revival sozusagen von der Twilight Zone, welche ja jetzt erst wirklich im deutschsprachigen Raum erscheinen, soviel ich weiß. Ist erst vor kurzem rausgekommen, genau auf TV Now. Ja, von einem Anbieter, von dem ich noch nie was gehört hatte, bis mir gesagt wurde, wir haben die Chance, die erste Staffel anzugucken. Was mich echt überrascht, ich hätte halt wirklich gedacht, das wäre das gefundene Fressen für sowas wie Netflix. Da war wohl wahrscheinlich jemand einfach schneller, würde ich sagen. Das ist gut möglich, ja. Ja, aber dieses Ding, die erste Staffel umfasst zehn Episoden. Und als Serienschöpfer, also als die Schöpfer dieses Revivals, haben wir eben unter anderem Jordan Peele und Simon Kinberg am Start. Ja, es ist im Prinzip, weiß nicht, ich meine, die meisten kennen ja die klassische Serie Twilight Zone. In gewissem Sinne von Rod Sterling, das berühmte Teil, der Schwarz-Weiß-Vorspann, die klassischen Episoden. Halt selbst jemand, der nicht die Twilight Zone gesehen hat jemals, kennt das Eröffnungsthema, weiß ungefähr, was das ist und kennt trotzdem irgendwie bestimmte Folgen. Es sind, ja, weiß nicht, besondere Geschichten, die da zum Einsatz kamen, seien es irgendwelche Science-Fiction-Kurzgeschichten, irgendwelche Kinder-Grusel-Sachen oder halt tatsächlich ziemlich originelle, coole Konzepte. Und es gab ja auch eine Filmversion davon, wo mehrere Regisseure dran beteiligt waren, darunter Steven Spielberg, Joe Dante und George Miller, die dann halt noch mal mehrere Folgen groß neu verfilmt haben quasi und da so einen bisschen anderen Spin mit reingebracht haben. Und wann hast du das erste Mal von diesem Revival gehört oder was war deine Beziehung vorher mit der Twilight Zone? Du hast noch einen Reboot ausgelassen, da war Forrest Whitaker der Host. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wann das war, so 90er, 2000er Jahre, die frühen höchstens. Meine Berührungspunkte waren tatsächlich früher so diese Treehouse-of-Horror-Folgen, die tatsächlich viele der Konzepte der Twilight Zone noch mal ins Simpsons-Universum geholt haben. Oh ja, stimmt, stimmt. Mit einigen von denen bin ich auch vertraut, da hast du natürlich recht. Schon allein diese Gremlins-Folgen mit dem Schulbus. Oh ja, da klingelt es vage. Ah, da gibt's so einiges von guter Gott. Ja, dieses Ding, da muss ich was zu sagen, weil ich weiß noch, wie es tatsächlich halbwegs Hype für diese Neuauflage gab. Irgendwie so, oh, Jordan P legt die Twilight Zone neu auf, wie cool. Und dann plötzlich hat niemand mehr drüber gesprochen. Halt absolut niemand. Selbst die Jungs von Red Letter Media hatten in ihrer Kritik von Us noch drüber gesprochen und dass sie sich darauf freuten. Und dann wurde es nicht mehr von ihnen erwähnt, bis ungefähr 30 Sekunden in einer anderen Episode, wo sie davon reden, dass es wohl schlecht war. Aber keine eigene Episode für die Twilight Zone, was mich sehr verwirrt hat. Wo ich da dachte, ist es die Zeit nicht wert? Und jetzt hab ich die erste Staffel selbst gesehen und muss sagen, das war es nicht wirklich wert. Ich würd sagen, man hat einfach den Zeitpunkt ein bisschen verpasst. Wenn man hätte das kurz nach Ass rausbringen müssen, dann wäre der Boost dahinter eben wahrscheinlich auch deutlich höher gewesen. Ja. Wir in Deutschland haben jetzt noch zusätzlich das Problem, wir beide haben da auch nur durch Zufall von gehört, weil wir eben den Zugang haben. Und ich hab dann gesehen, ey, cool, dieser Anbieter hat ja Twilight Zone. Lass mal was dazu machen. Also hab ich mir das auch angesehen. Ich fand es jetzt nicht wirklich schlecht. Ich würd eher sagen, es ist dem Ganzen geschuldet, dass wir mittlerweile so was wie Black Mirror haben. Dann haben wir Geschichten aus der Gruft. Wir haben so viele Anthologie-Serien. Und wir haben das Jahr 2020, wo auch die gesellschaftskritischste Folge von Twilight Zone auf einmal nett und kinderfreundlich wirkt. Ja, du hast absolut recht. Ich hätte da auch noch Black Mirror angesprochen, wo ich mir dachte, diese Serie wirkt ihrer Zeit, also dieses Revival wirkt ihrer Zeit um Jahre hinterher. Wenn wir so etwas wie Black Mirror haben, was eben, na ja, das Zeug ist besser und cleverer geschrieben und nutzt die Tatsache, dass die Folgen in unserer Zeit und in der Zukunft spielen, vollends aus. Im Gegensatz zu dieser neuen Twilight Zone. Ich denk aber auch nicht, dass Twilight Zone jetzt wirklich ... modern sein will. Wir merken der Serie durchaus anders. Jordan Peele, der seinen Spaß mit hat, dass er die alte Serie mit Rod Sterling geliebt hat. Es gibt immer nette Revivals. Auch Gastauftritte von längst Verstorbenen. Ich würde nicht sagen, dass das einem mangelnden Herzblut liegt, sondern einfach, dass die Zeit einfach so ein bisschen dem Ganzen geschadet hat. Ja, also es fällt auf, dass da ein gewisser Jordan Peele-Touch drin ist. In dem Sinne, dass sehr viel Symbolismus und Metaphern verwendet werden und auch oft eine ironische Komponente im Spiel ist. Aber leider sind die Skripts selbst auch lange nicht so clever, wie sie sein wollen und auch wahnsinnig vorhersehbar. Die erste Episode direkt, also die eigentlich erste Episode mit dem Comedian. Ich war so frustriert, wie lange dieser Idiot gebraucht hat, bis er kapiert hat, was abgeht. Ich finde es extrem nervig, wenn ich um ein Vielfaches schlauer bin als der Protagonist. Das war bei mehreren Folgen so. Ich habe den Twist des Öfteren viel zu früh erkannt. Normalerweise bin ich eigentlich richtig doof in solchen Sachen. Das kann ich bestätigen. Sorry. Nein, du hast dir recht. Ich denke auch nicht nur, dass es dem geschuldet ist. Wir haben wirklich einiges von dem Zeug inhaliert. Auch, dass das Zeug referenziert. Die Simpsons Treehouse of Horror-Folgen, die das parodiert hatten, hatten damals schon in den 90ern mittlerweile einen böseren Ton. Diese leicht angestoppt wirkende Serie, sie wirkt, wären dann nicht Jordan Piers Lieblingsthemen, Rassismus, Einwanderer und so, dann wird das wirken wie so eine Serie, die man in den 90ern gedreht hat und die dann irgendwie aus Versehen im Giftschrank verschwunden ist und jetzt erst wieder herausgekramt wurde. Ja, ja, in der Tat. Es gibt schon bestimmte Sachen, wo ich mir denke, das hat eine gewisse Relevanz. Zum Beispiel interessant fand ich die Episode Meteoriten. Nicht nur fand ich die größtenteils gut gespielt, aber im Prinzip scheint mir die ganze Folge eine Metapher auf toxische Maskulinität zu sein. Jedenfalls habe ich das verstanden. Und ich bin mir sicher, dass viele Deppen bei sowas gesagt haben, lass Politik und SJWs aus meiner Twilight Zone raus. Blablabla, Mistkerle. Ich hoffe allerdings, dass gerade die Diversity in der Besetzung und die Themenviele Episoden nicht der Grund dafür waren, dass die Serie anscheinend nicht gut ankam. Ich hoffe es auch nicht. Oder wir haben einen Kindskopf als Präsidenten in Zeiten, wo wir dutzende Jahre Donald Trump überlebt haben. Ja, das wirkt relativ on point, aber auch gleichzeitig zu sehr, zu bemüht irgendwie. Lustiger wäre es gewesen, hätten sie den anderen Partner von Harold and Kumar gewählt. Der war sogar der Pressesprecher für Obama gewesen. Deswegen fand ich es schade, dass sie nicht den bekommen haben. Vielleicht, es könnte gut sein, dass das ein extra Nord war im Prinzip. Dass dann halt irgendwie dieser gewisse Link dann da ist mit John Cho und so weiter. Weil ja, einige bekannte Namen findet man hier, was mich sehr gefreut hat. Und ich fand auch, einer der Highlights immer, fand ich, war Jordan Peele als der Host. Er bringt jedes Mal für das Intro und Outro das richtige Maß an, an dieser Ernsthaftigkeit und so einem gewissen Augenzwinkern mit rein. Ich finde, das hat er immer sehr, sehr schön gemacht. Ich fand in Episode 1 das Casting von Tracy Morgan sehr gelobt. Ah, ja. Und auch ansonsten tauchen hier einige Schauspieler auf, die ich mochte. Tyson Famigar zum Beispiel in der Meteoriten-Folge. Ich habe mich sehr gefreut, sie dort zu sehen. Ich fand sie nämlich auch extrem liebenswert in Venan. Dieser schöne Film, ja. In derselben Folge haben wir auch noch Ike Barinholtz, die man aus verschiedenen Projekten kennt. Und ja, also man hat hier schon einige bekanntere Leute. Adam Scott ist in einer Episode. Seth Rogen hat eine kleinere Rolle in einer Episode. Also die lassen sich schon nicht lumpen teilweise mit der Übersetzung, mit der Besetzung. Und wir haben eine schöne Meta-Episode, die leider auf TV Now in der komplett falschen Reihenfolge gesendet wurde. Generell ist das dann ziemlicher Wust. Also bis auf die zweite Folge sind so ziemlich alle Folgen in der falschen Reihenfolge da abgebildet. Ja, man muss auf Wikipedia gehen, um da die richtige rauszufinden. Was gerade bei der Meta-Folge ein bisschen für Verwirrung sorgt dann. Eben genau, weil die sollte nämlich die letzte sein. Und eben auch die Tatsache, es gibt halt mehrere Links. Also das ist nicht irgendwie eine kontinuierliche Geschichte, aber es gibt mehrere Links zwischen den Episoden. Halt zum Beispiel eine Zahlenfolge, die in den meisten Episoden auftaucht, oft als Türcode. Ein Becher von einer bestimmten Diner-Kette. Das Flugzeug aus Episode 2 ist in einer anderen als Modell zu sehen. Eine Geburtstagstorte gibt es in zwei Episoden. Das ist interessant und manchmal ganz cool, aber manchmal auch etwas zu offensichtlich. Ich denke aber auch nicht, dass die Serie so richtig modern sein will. Die umarmt dir dieses nostalgische 90s-Feeling. Richtig. Vielleicht hat man sich da in der Serie so ein bisschen um so eine leichte Modernisierung bemühen müssen. Ich habe gestern noch mal wir, Wir, also Ass von Jordan Peele nachgeholt. Bei Wir habe ich ja kritisiert, das ist im Prinzip eine Twilight Zone-Folge, die zu lang geht, die man vielleicht auf eine Stunde hätte runterkürzen können. Ja, durchaus. Wir hatte zumindest so ein bisschen den Biss, der hat die nötige Härte. Und irgendwie auch Jordan Peele's Handschrift, um das Ganze ein bisschen besser zu kaschieren. Oder auch sehr viel besseres Schauspiel als einige Episoden hier. Wo das halt wirklich ein Showcase war, wo einige Schauspieler, die halt auch so gegen den Strich besetzt waren. Also ich hätte halt mir nicht träumt, dass mal Tim Heidegger in so einer Art von Rolle zu sehen, wo man dann halt wirklich auch mal Angst vor ihm hat, zwischenzeitlich. Und Jordan Peele ist extrem gut in sowas. Und hier ist das auch teilweise mit der Besetzung von bestimmten Leuten, die eher aus Comedies bekannt sind. Also das setzt sich hier durchaus fort. Es wird halt nur teilweise nicht ganz so effektiv genutzt. Ja, aber du erwähnst diese Folge über den Comedien. Der Typ, der den Comedien spielt, Kunal Nanjali, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der ist auch in Wirklichkeit ein Stand-up-Comedian. Also er müsste das tatsächlich gut können. Ich denke einfach nur, dass das Script ihm dein Weg ist. Wenn du sagst, fällt das erstaunlich spät auf, da hat so ein bisschen tatsächlich dann am Script gehabt, hat generell vielleicht so ein paar Skripte überarbeiten, das ein bisschen böser machen oder mehr den Jordan Peele-Stempel aufdrücken. Und ich finde die Serie jetzt nicht wirklich schlecht. Ich sehe da nur verdammt viel verschenktes Potenzial. Ja, halt eins meiner großen Probleme ist, dass bei bestimmten Folgen ist, dass sie viel zu sehr an frühere Folgen erinnern auch. Am allerstärksten war dieses Gefühl da bei Episode 2 mit Adam Scott im Flugzeug. Die Episode selbst basiert tatsächlich auf einer Kurzgeschichte von John Matheson, dem Autor der Buchvorlage von Iron Legend zum Beispiel. Und bei der Twilight Zone und Flugzeug denkt man zuallererst an eine der berühmtesten Folgen mit dem Monster auf der Tragfläche in der Serie selbst mit William Shatner. Und die Folge wurde ja neu auferlegt in der Filmversion, inszeniert von George Miller. Und der Abschnitt des Films ist echt der pure Terror. Und die Folge hier lässt es sich leider nicht nehmen, auf die Original-Episode anzuspielen kurz vor Schluss. Und das fand ich viel zu extrem. Wink, wink. Und da taucht eben dieser Gegenstand, taucht dann noch mal eine andere Folge auf. Und ich denke mir, ja, we get it. Das ist halt, da habe ich auch bei der Flugzeug-Episode viel zu früh, habe ich dann sofort gewusst, im Prinzip, ja, Selbstfulfilling Prophecy. Das ist die Episode. Adam Scott hört in dieser Folge ja auch ein Hörspiel, das das Flugzeugunglück von diesem Flugzeug vorhersagt, in dem er gerade sitzt. Ja, genau. Ja, eben. Und das ist, ah, ich wusste halt einfach viel zu früh, worauf es hinausläuft, war das Problem. In dem Sinne halt, sie machen gute, sie stellen gutes Zeug an mit dem klaustrophobischen Setting. Halt viele Leute haben Angst vorm Fliegen. Ich bin selbst manchmal ein bisschen nervös im Flugzeug, obwohl ich so oft schon geflogen bin. Und daraus, deshalb, eigentlich kann man dann wirklich der Folge nicht mehr wirklich applaudieren, weil es ist eigentlich relativ einfach, auch so etwas, was halbwegs Spannendes zu machen. Weil, na ja, es ist, Fliegen selbst ist halt schon irgendwie was, was gruselig ist. Ich hätte gerne Gremlin gesehen. Die machen doch, äh, sagen die nicht irgendwas von, von Gremlin? Ja, ja. Die machen auch eine, die machen auch eine Anspielung noch in einer anderen Folge von Monstern auf Tragflächen und so. Also, ja, das hat, das dachte ich auch, nee, dankeschön. Was, was auch so seltsam ist, und wir hatten schon ein bisschen darüber gesprochen, du mit den 90ern, ist die Tatsache, alles wirkt irgendwie so altmodisch. Zum Beispiel Immigrantin sieht aus und fühlt sich so an, als würde es in den späten 50ern spielen. Das hat so gewisse kalte Kriegs-Vibes. Ja, aber dann holen sie auf einmal alle ihre Handys auf und finden das. Ja, das ist halt so verwirrend. Das war so befremdlich. Also, eben, ja, kaum ein Szenario nutzt wirklich die Tatsache aus, dass es in der Heutezeit spielt, mit der Technologie, die wir heute haben und so weiter. Ich meine, schon damals gab es schließlich Geschichten mit Raumschiffen. Also, halt, die Sachen mit dem Spaceship, das werte ich dann dementsprechend auch nicht, weil das ist dann auch offensichtlich eine, die futuristisch angehaut ist. Und auch da wusste ich halt ... Ich wusste da so früh, worauf das garantiert ... Also, was das garantiert wird, dass die Folge selber darauf anspielt. Und dann drehen sie noch mal den Spieß um in letzter Minute. Und ich dachte mir, äh, ich dachte, okay, das hab ich jetzt nicht ganz so vorhergesehen, aber äh, trotzdem. Den Turst um des Turstes Willen. Wir kommen mal, schauen wir mal an den Zonen. Das war die, die ich so am langweiligsten fand, tatsächlich, glaub ich. Oh. Also, würd ich, würd ich fast sagen, die langweiligste. Ähm, bevor wir, wir haben uns überlegt, wir küren die beste Episode und die schlechteste Episode. Und das wird garantiert halt so ein zweigeteiltes Ding, weil ich weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können, was die beste war. Das sind wahrscheinlich persönliche, äh, Präferenzen. Ja, ja. Ähm, aber gut, ähm, was würdest du denn sagen, deiner Meinung nach, was ist die beste Episode bisher? Dein Liebling. Bisher. Ich hab echt geschwankt zwischen der Meta-Episode und der mit dem blauen Skorpion. Also mit dieser Knarre. Die bringt eben noch mal so diese, diesen schönen Waffen, na, im Ami zum Vorschein. Oh, ja, ja, genau. Und jetzt auch wieder mit dem Comedian Chris O'Dowd. Genau. Fand ich halbwegs gelungen auch, ja, weil das Konzept von ... Und Chris O'Dowd in dieser Rolle zu sehen, so als halbgebrochener Mensch, das war auch mal was anderes. Das war auch wieder schön gegen den Strich besetzt. Absolut, ja. Und er hat's auch gut gemacht, ja. Das ist, äh, und allgemein das Konzept von einem Gegenstand, der quasi besessen ist, ist gruselig. Und, äh, das fand ich, war halbwegs, war halbwegs in Ordnung tatsächlich. Okay, also diese beiden, äh, Meta und der Reisende. Nee, Quatsch, äh, und die, die mit dem Skorpion. Ja, die hieß der blaue Skorpion, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Der blau, blaue Skorpion, ja, ja. Ja, meine ... Da kann ich mich nicht, da kann ich mich nicht drauf einlassen. Ähm, vielleicht der blaue Skorpion wäre so halbwegs in den Runners ab, aber meine Lieblings-Episode war, würde ich sagen, der Reisende. Äh, die Besetzung war sehr gut. Ich meine halt, äh, Greckenier bereichert alles. Äh, Steven Yearn war creepy. Oh, ja. Das war die einzige Folge, bei der ich mich halbwegs tatsächlich zwischenzeitlich gegruselt habe. Stimmt. Also, das war stimmungsvoll, solide Story, gute Figuren. Und ich hab lange gebraucht, um zu begreifen, was passiert, obwohl es tatsächlich sehr früh schon angeteasert wird. Das hab ich im Gegensatz zu dir dann relativ schnell vorhergesehen. Okay, gut. Aber ich fand's relativ gut. Nein, Steven Yearn, der, ey, oder wie er ausgesprochen wird, der wird ja sonst eher auf diese Good-Guy-Rollen besetzt. Ich fand's auch schön, dass er mir so einen angenehmen Schauer über den Rücken gesagt hat. Ja, also, das fühlte sich an wie klassische Twilight Zone, ohne dass es zu sehr irgendwie so in-your-face-aufdringlich altmodisch ist. Auch wenn sich das auch in gewissem Sinne angeführt hat, wie in der Zeit des Kalten Krieges und so. Aber trotzdem ist es etwas, was auch heute noch stattfinden könnte. Weil die machen da durchaus Anspielungen darauf, dass es nach heute Zeit spielt. Und ich dachte mir, nö, also, das war tatsächlich mein Favorit. Dann, was war dein Bodensatz dieser Staffel? Ach, die Folge mit dem Präsidentenkind. Mhm. Das Wunderkind. The Wunderkind heißt die auf Englisch sogar. Ja, ja, das ist eins von diesen eingeenglischten Wörtern. Also, es ist dieselbe Situation wie mit Kindergarten und all das. Ja, ich schwanke. Ich schwanke zwischen das Wunderkind und Immigranten. Denn ich verstehe den Sinn von Wunderkind. Das ist ganz offensichtlich metaphorisch gemeint. Und schlecht besetzt war es auch nicht. Aber das Ende war extrem schwach. Ich war oft genervt. Und es fühlte sich nicht wie etwas an, was der Twilight Zone angemessen ist. Nicht nur das. Nicht nur das. Wir haben dann immer wieder so ein Flash-Forward, der dann am Schluss ins absolute gar nichts hinausläuft. Wenn du das die ganze Zeit anteaserst, dann komm noch mit einem Hammer-Twister her und nicht mit der Lösung, die du in den ersten 30 Sekunden schon erahnen kannst. Das ist so komisch, ja. Ach Gott. Ja, und ich dachte halt auch wirklich, ist das Jacob? Ja, ist das Jacob Tremblay halt. Ach, das hat mich geärgert. Dieses Kind lebt irgendwie auch in so einer Twilight Zone, habe ich das Gefühl. Weil halt je nachdem, wann was gedreht wurde, halt, der wird entweder älter oder jünger. Wir hatten ihn zuletzt auch in Dr. Sleep, wo er in einer sehr creepigen Szene, vielleicht in der einzig-creepigen Szene, zu sehen war. Den habe ich mir gestern erst auf Blu-ray geholt. Den möchte ich unbedingt noch gucken. Ich habe nichts gesagt. Aber auf den bin ich gespannt. Nein, nein, ich weiß, in welcher Szene es geht trotzdem. Aber ich wollte ihn halt gerne sehen trotzdem. Ach Gott. Ja, und man kennt ihn ja allgemein aus bestimmten Sachen. Aber ja, ich dachte halt, wow, ihr habt wirklich euch Jacob Tremblay geholt, alles klar. Ja, und auch gewisse Vibes hatte ich ab und zu von, wie hieß sie, von der Fargo-TV-Serie. Wir haben hier sogar mindestens eine Schauspielerin aus Fargo tatsächlich dabei. Und zwar die Alison Tolman. Die ist auch in der Wunderkind-Folge. Sie spielt dann dann quasi seine Assistentin oder wie auch immer halt diejenige, mit der er sich da auch oft unterhält. Und ich dachte, hey, Moit, das ist Alison Tolman aus Fargo. Und weil es gibt auch in Fargo, gibt es auch mehr als eine Episode, wo dann plötzlich Aliens auftauchen. Mindestens. Das fand ich halt auch extrem schräg. Aber na ja, gut. Ja, also ich schwanke zwischen der und als Schlechteste und eben Immigrantin, weil Immigrantin hat mich größtenteils gelangweilt und verwirrt. Ich fand das ziemlich schwach gespielt. Und die penetranten Ass-Anspielungen waren ziemlich peinlich, weil wir haben auch da was ... Es ist nicht exakt dasselbe, aber wir haben im Prinzip so was Ähnliches wie unterirdische Tone. Wir haben halt einen Kommentar auf Klassizismus. Und wir haben orangene Jumpsuits. Und dann eben auch noch was mit im Prinzip, bist du die Person, für die du dich ausgibst oder was auch immer. Und da dachte ich, ah, das ist so ... Das fühlte sich einfach ... Das fühlte sich im Prinzip an, wirklich wie so ein schlechter Rip-Off. Die Folge ist im Prinzip, wenn du Ass bei Wish bestellst, das ist diese Episode. Ja, ja, absolut. Ähm, ach Gott. Als ... Und da muss ich auch noch was zu Episode 10 sagen. Und das wird auch im Prinzip noch so mein persönliches Abschlusswort. Auch irgendwie. Die 10. Episode ist eine Manifestation und gleichzeitig ein Kommentar auf das Problem dieses Revivals, meiner Meinung nach. Nämlich, sie erkennen an, dass der ikonische Schatten des Originals ominös über und hinter ihnen lauert. Aber das ist bei jedem Revival, Reboot oder Sequel die logische Konsequenz. Die Tatsache, dass sie es hier so offen ansprechen, kommt weniger in Erhuldigung oder Verbeugung vor dem Original, sondern einer Kapitulation vor diesem Gleiche. Irgendwie eine bemühte und nur leidlich clevere Metakommentar, welcher Gegnern dieses Revivals die Kritik nur leichter macht und Newcomer schlichtweg verwirren wird. Und ich hasse es, schon wieder diesen ausgetretenen Pfad zu beschreiten. Aber es ist im Prinzip exakt dasselbe Problem der Star-Wars-Sequel-Trilogie. Halt ein offensichtlicher Vergleich vielleicht, aber ein passender. inklusive Uncanny Valley-CGI-Gesicht. Was man hier jetzt aber zugutehalten muss, der Spuk ist teilweise nach 35 Minuten vorbei. Es ist kurzweiliger. Man hat da nicht das Gefühl, dass man vielleicht jetzt gerade zweieinhalb Stunden in den Sand gesetzt hat. Man hat nicht das Gefühl, einer einer Beerdigung beizuwohnen, so wie bei Rise of Skywalker. Vor allem bei der Twilight Zone. Er setzt da fähige Autoren dran. Sowas mochte ich doch früher als Kind an solchen Serien, dass bei solchen so gut wie alles passieren kann. Man darf ruhig abgedreht sein, man darf ruhig böse sein, man kann von mir aus seine zwei, drei laschen Folgen haben. Weil dazwischen dann so richtig schön krasse, atmosphärische Aussätze. Und man würde dieses Twilight Zone-Ding bejubeln und nicht nur so eine billig plakative Anspielung auf Us bringen, sondern Jordan Pierce Stempel ruhig ein bisschen präsenter aufdrücken. Der hat das auch bei Lovecraft Country geschafft und bei so ziemlich allen, wo er seine Finger drin hat. Deswegen bezweifle ich, dass er großartig mehr als den Host gegeben hat. Ja, ich hab halt wirklich das Gefühl, größtenteils hat er eher, was halt wirklich die Qualität angeht, Simon Kinberg, die Kontrolle. Ich mein, er hat die zehnte Episode halt auch noch inszeniert. Und das merkt man, weil es ist gut besetzt, es ist gut gespielt, aber es ist halt wirklich, es ist nicht wirklich effektiv inszeniert. Das hatte teilweise exakt dieselben Probleme wie sein X-Men Dark Phoenix. Würdest du die zweite Staffel, die 2020 tatsächlich angelaufen ist, noch schauen? Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube, damit würde ich meine Zeit nicht weiter verschwenden, nein. Es gibt Schlimmeres, aber das hier hat mir einfach keine ... Also ich war schon nach ein paar Folgen, war ich halt wirklich versuchen, nee, dankeschön. Zwischendurch war es nett, aber halt eben mehr nicht. Halt eben die Tatsache, dass dann die beste, die meiner Meinung nach beste Episode dieser Staffel ist halt irgendwie noch nicht mal herausragend. Ich fand es halt einfach nur im Vergleich zu den anderen, fand ich es einfach besser. Und ansonsten halt, ich gebe halt nicht den Schauspielern die Schuld. Wem ich die Schuld gebe, ist halt wirklich, dass die sich viel zu schnell zufrieden gegeben haben mit bestimmten Büchern. Die Tatsache, dass die garantiert, Simon Kinberg ordentlich Mitspracherecht hatte, was er niemals haben sollte, bei keinem Projekt. Und dass hier eben viel zu sehr irgendwie versucht wird, zu huldigen und diesen Schatten des Originals anzuerkennen, ohne sich halt wirklich so ein bisschen aktiver davon zu lösen und zu sagen, wir machen das ein bisschen eigener, machen unser Ding damit, transportieren das hier in unsere Zeit. Halt vielleicht, in Zeiten von Black Mirror, von Stranger Things und all dem Zeug halt. Ich meine, on Stranger Things klammert sich ja noch sehr viel mehr an die alte Zeit. Aber halt gerade in Zeiten von Black Mirror ist diese Serie halt vollkommen überholt. Also halt, das braucht man wirklich gar nicht mehr. Ich denke eben einfach, man hat sich zu sehr drauf ausgeruht, dass man den Namen Jordan Peele hatte und gehofft, dass der so richtig zu kräftig ist. Aber wie du es richtig erkannt hast, wenn man sich gar nicht traut, aus den Schatten herauszutreten, dann hätte man unter anderem auch vielleicht John Carpenters The Thing-Remake nie zu Gesicht bekommen. Man kann sich ruhig trauen, es sind nicht mehr die 90er, aber man muss das nicht mehr so mit diesen Sandhandschuhen anfassen. Man hätte ruhig ordentlich auf die Kacke hauen können, das kann man 2020. Eben halt auch noch durch die Tatsache, dass es im heutigen Fernsehen auch sehr viel brutaler zugeht. Und hier, ich meine, wir haben hier eine Abzwölffreigabe und es ist längst nicht verstörend oder gruselig genug an vielen Stellen. Ich fand die mit der, die Folge bei der Zeitreisekamera fand ich auch halbwegs gelungen, eben da, weil man ziemlich eng an die Charaktere gebunden wird. Die Folge hat am liebsten aber auch den John-Peele-Vibe. Oh ja, das, da tritt er mit am, das ist einer der stärksten Momente, wo es halt wirklich hervortritt, ja. Das war, die fand ich relativ gelungen, wollte ich heute auch noch erwähnen. Ja. Mit der, mit der Zeitreisekamera. Da hast du mal eine Zustimmung. Aber ja, ansonsten ist das, ist das hier nix wirklich. Es gibt halt wirklich einen Grund dafür, warum dann keiner mehr drüber geredet hat, sobald es rauskam. Ich hab wirklich den Hype gemerkt vorher. Und dann kam's raus und dann wurde es, äh, verschämt unter den Teppich gekehrt. Wenn, wenn nicht mal die Jungs von Red Letter Media sich dazu herablassen, dann irgendwie in einer Episode dazu zu machen, so. Und die, die besprechen echt den schlimmsten Scheiß. Ich kam damals aus der Pressevorführung von Us aus dem Universal Studios, also in einem richtig schönen, kleinen Muggeling-Kin. und dann war ich davon, dass der Jordan Peele was zu Twilight Zone macht. Und ich dachte auch, cool, das will ich unbedingt sehen. Jetzt hab ich's gesehen. Ich bin ziemlich ernüchtert. Oh ja, ja, mir geht's ganz genau so. Ich bin, ich bin nicht stinksauer oder sowas. Überhaupt nicht. Es ist halt einfach nur, ja, schade, war nix. Doch, für einen Samstagnachmittag, da kann man sich das anschauen, wenn man die X-Faktor, äh, X-Faktor-Folge, die auf RTL 2 lief, zu oft gesehen hat, dann hat man da zumindest das Gefühl, man guckt nicht noch eine Konserve. Das hat hier ehrlich gesagt echt X-Faktor-Niveau. Weil X-Faktor hat wenigstens noch diesen Gewissen, hat wirklich den Charme, dass es extrem low-budget ist und halt, und, und versponnen und, und blöd und dann zusätzlich noch dieses, dieses Mitrate-Ding, ist das echt oder nicht echt? Und das Jonathan Frakes Meme-Dings. Oh ja, ja, genau, also das, das hat noch, das, das hat noch so, 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 so einen gewissen Mehrwert. Aber hier eben die Tatsache, dass hier, dass hier Profis am Werk sind, dass es gut produziert ist auch. Und das, das, das nimmt ihm allen noch so ein bisschen diese Entschuldigung. Und dann ist es halt einfach wie, es passt nicht mehr in unsere Zeit und ja, Dankeschön, nee. Ja gut, ich denke, ich, ich denke, ich habe dazu nichts mehr zu sagen, ich bin fertig. Wie würde dann deine Bewertung aussehen? Oh Himmels Willen. Oh, oh, oh. Ich schwanke zwischen 2 von 5 und 1,5 von 5 aus den schon genannten Gründen, ja. Ich würde auch, also mit dem Bonus und den Gaststars und der hoch, dass es zumindest hochwertig und solide inszeniert ist, würde ich sagen, mit einem leichten Fan-Bonus ist es für mich eine 2,5 von 5 Scorpion-Pistolen. Mit Kugeln mit deinem Namen drauf. Bingo. Ja, ich hatte mir schon gedacht, dass ich da ein bisschen so die negative Meinung habe beim Start dieser Episode. War doch klar. Ja, ja. Naja, ja, schade drum, aber naja, das war unsere kleine, feine, bescheidene Meinung. Ich hoffe, es war hier nicht zu overblown, aber richtig doll wiederholt haben wir uns auch nicht. Ich hoffe nicht. Jawohl. Dann, ähm, wisst ihr Bescheid, falls ihr dieses TV Now, was auch immer habt. Ich weiß von niemandem, der das hat, weil das wäre eigentlich auch ein gutes Ding für Netflix, aber ich schätze mal, die wollten es nicht haben, weil sie gesagt haben, wir haben schon Black Mirror, also, bäh. Ich finde es wirklich immer geil, wenn Netflix Sachen ablehnt. Amazon hat auch so ein leichtes Dings, Rip-Off, so Richtung Black Mirror. Das fand ich sogar noch eine Spurlasche, und da hast du auch so Größen wie Brian Cranston. Da ging es um so Philip K. Dick Stories, um alte, die sie da verfilmt hatten. Auch hochwertig. das, das Electric Dreams Ding? Genau. Auch alles hochwertig gemacht, aber der Funke wollte auch da nicht richtig überspringen. Ja, schade drum. Ja, wie gesagt, manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Und Amazon nimmt ja echt alles und veröffentlicht es. Und auch das haben sie nicht genommen. Aber ich finde es halt, Ja, aber ich finde es halt so geil, wenn Netflix halt Sachen dich nimmt, wie damals bei, bei, bei Slenderman oder bei Holmes & Watson. Und wirklich die Studios ein Angebot haben, Netflix, nehmt ihr das bitte. Und die haben dann wirklich gesagt, nope. Und wir haben Bright veröffentlicht und Mute und Tao und einige Adam Sandler Filme. Paradox. Ruby Halloween. Wenn die, wenn die Person, die sechs Adam Sandler Filme grünes Licht gibt, sagt, ja, Holmes & Watson, nee, dann, dann weißt du, du bist in Schwierigkeiten. Er hat da auch so ein paar nette Oscar-Bate-Filme gemacht. Ich finde Adam Sandler per se nicht schlecht. aber die haben da ziemlich viel Murks mit ihm produziert oder ihm ein paar schöne Urlaube finanziert, bei denen zufällig ein paar Filme zustande kamen. Ja, ganz genau. Und gut, das ist ja meistens so. Na gut, aber das ist eine Story für eine andere Zeit. Inzwischen verabschieden wir uns hiermit aus der Zone des Zwielichts und aus der Zone des Podcasts. Es sei denn, ihr bleibt am Ball und hört unseren Kollegen und Kolleginnen weiterhin zu. Bis dahin verabschieden wir uns, entlassen euch hinaus in die Freiheit und hoffen, ihr joint uns bald wieder in den geheimnisvollen Untiefen der Podcast-Zone. Das war Patrick und Lasse und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal hören. Hallo, willkommen beim Telestand natürlich zur Besprechung des Films John Wick Kapitel 2. Ich bin der Stu und ich habe es mir nicht nehmen lassen, genau wie bei John Wick 1 wieder mit zwei ich möchte sagen charmanten jungen Leuten mich zu treffen, um um diesen Film zu reden. Wobei Jung und Sven, ich weiß, hallo Sven, erst mal. Vielen Dank, das habe ich auch heute. Hallo. Hallo. Und die Sarah ist auch dabei, hallo Sarah. Hallo. So, wer von euch beiden Nasen möchte denn jetzt mal erklären, worum geht es denn in John Wick Kapitel 2? Ah, ich glaube, man kann da unsere Beschreibung aus dem ersten Teil fast übernehmen. also Peng Peng Schlag, wobei Frau immer noch weg, Hund wieder da, Hund zwischendurch dann weg, am Ende wieder da. Ansonsten viel Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen und ein bisschen mehr den dunklen Untergrund der Welt kennenlernen. Ja, ich bin ja gerade auf der offiziellen IMDb-Seite des Films, du hast recht, genau das steht da. Peng Peng, Kämpfen, 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 Hund weg und wieder da. Ja, genau. Ja, das ist die Zusammenfassung. Du solltest so DVD-Bäcker was schreiben, liebe Sarah, glaube ich, das wäre super. Aber dann nur mit so tollen Bildern drauf. Peng Peng. Ja. Ja. Sven, willst du irgendwas ergänzen? Ja. Also ein bisschen mehr als Peng Peng ist schon drin und Ja, es gibt auch Stich, Stich und Hau Hau. Und Bleistift und Bleistift und Schrotflinte und Schrotflinte. Das Wichtigste. Nein, nein, also der gute John kehrt, nachdem er sich dann sein Auto in, naja, dass es überhaupt noch fährt, in Ersatzteilen, die trotzdem noch Rollen zurückerobert hat von den Russen, kommt er nach Hause, will eigentlich seine Ruhe haben und für ihn ist alles erledigt, aber da kommt ein dunkler Schatten aus der Vergangenheit und hat eine Schuldmünze dabei. Diese muss er natürlich einlösen, wovor er auch den guten Santiago, der seine Schwester beseitigen will, um damit einen hohen Sitzen der Kammer zu bekommen. Er warnt ihn und sagt, pass auf, du möchtest mir nichts schulden und du möchtest nicht, dass ich dir was schulde und ja, er beseitigt die Schwester, die sich dann eigentlich selbst beseitigt, aber damit ist das Problem nicht gelöst, denn es werden immer mehr und jetzt wollen ihn, will ihn die Mafia sozusagen loswerden und ja, dann gibt es halt noch mehr. Also John Wick wird verraten, kann man ja sagen, nachdem er diese Schwester von diesem Santino umgebracht hat, sie hat recht, sie bringt sich ja selbst um, das ist typisch Frau, ne? Typisch Frau. ich fand das cool, also nicht, dass sie sich umgebracht hat, aber dass sie so gesagt hat, du bringst mich nicht um, ich entscheide selber, was hier passiert. Der arme John, die ganze Reise für umsonst, ich, das ist ja, naja. Hätte auch anrufen können. Genau, hätte auch anrufen können. Hör mal, ich soll dich umbringen, machst du es schnell selbst? Okay. Das wäre was gewesen, der Brauche, hätte man das Haus verlassen müssen. Ja. Dann wäre der Film aber um einiges kürzer. Oh ja. Ja, also John Wick wird von diesem Santino danach verraten und es kommt das, was kommt muss. Alle wollen John Wick töten, aber John Wick tötet sie zuerst. Ich hatte es ja im ersten Teil schon gesagt, also zum Cast des ersten Teils, ich mag den zweiten am liebsten und ich habe ihn jetzt nochmal gesehen und ich bleibe dabei. Ich habe schon im Vorfeld rausgehört, dass das ein paar Leute in diesem Cast gibt, die das anders sehen. Das ist gar nicht, wie du meinst. Aber ganz ehrlich, die Meinung von solchen unqualifizierten Personen interessieren uns hier in den Schott ehrlich gesagt gar nicht. Deswegen frage ich erst mal, wie hat es euch gefallen, dass der zweite Teil diese ganze Welt weiter ausbaut mit diesem Continental Hotel, mit diesen Goldmünzen, mit diesem, wie soll man es sagen, diese Unterwelt, diese Zwischenwelt zwischen unserer und irgendwas anderem. Sven. Mir hat es gut gefallen. Man erfährt mehr, auch wenn ich einige Sachen ein bisschen zu, was heißt übertrieben, ich hatte so zwischendrin Angst, dass es zu arg auf die Spitze treiben. Und zwar ging es mir da eher drum, um, ja, da er in dieser Welt auch mal zu diesen, zu diesen Schneidern geht, die dann gewisse Fee, also, ja, Keffler-Anzüge nähen und ja, das, das fand ich, das fand, das war mir tatsächlich ein bisschen zu viel. Das hatte so James-Bond-Vibes. Genau, genau, es fehlte eigentlich dann, dann, ja, es fehlte eigentlich dann, dass er sagt, okay, pass mal auf, ich baue dir noch einen Raketenwerfer in die Schuhe, dann kannst du dann, nämlich, wenn du dann auf dem Boden dich mal wieder rumwälzt, alle beseitigen und wenn du Glück hast, fliegst du noch davon, deine Muck, ja, dann brauchst du dich um deine, um deine Flucht auch nicht mehr zu kümmern. Und das ist das, was mich so im Zweiten wirklich so ein bisschen stört. Dass man auch andere Kontinente kennenlernt mit einem schönen Franco Nero, hat mir wirklich Spaß gemacht, auch was dann halt auch noch so folgt. Aber ja, mir wäre es, also sie haben Gott sei Dank wirklich gerade so den Absprung geschafft, damit es nicht lächerlich wird. Sarah, also ich fand diese Einführung in diese Unterwelt auch total interessant und auch, ich fand es interessant zu sehen, was manche Leute da auch für, ja, Prioritäten haben. Es gibt ja diese eine Szene, wo er in Rom ankommt und die erste Frage ist, okay, du tötest wegen kein Problem, aber tötest du den Papst? So, so dann haben wir ein Problem. So, nee, nee, nicht den Papst, ja, alle anderen have fun. Das ist dann nicht so, okay, also Papst ist die Grenze. Echt jetzt? Papst? Okay, ich hätte jetzt so noch, weiß nicht, Kinder, Unschuldige, aber der Papst? Aber okay. Also das fand ich witzig, dass man da gesehen hat, okay, jeder hat trotzdem noch so seine eigenen Werte. Interessant fand ich auch, es gab ja den einen, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der eine Typ da mit seiner Suppenküche und den Tauben. Den Bowery King. Genau, der ja irgendwie auch gesagt hat, hier mit dem ganzen Untergrund, da halte ich mich dagegen. Also da will er ja aktiv nichts mit zu tun haben, sondern eher aktiv dagegen arbeiten. Das fand ich super interessant, auch zu sehen, okay, es gibt zwar diese super starke Untergrund-Mafia, wie auch immer sie dann heißt, aber es gibt halt trotzdem noch Gegenspieler, was ja auch so ein bisschen gerade am Ende, ich sag mal, anteasert, wie John auch überleben könnte im dritten Teil. Es gibt halt noch andere. Das fand ich super interessant, aber ja, wie Sven schon gesagt hat, manchmal, also da hatte ich auch kurz davor, so diesen Gedanken, gleich kommt ein Q um die Ecke, gibt ihm noch das fliegende Auto und sagt, hier, let's go, have fun. Also, so schlimm finde ich es jetzt nicht, also ich kann es verstehen, weil der erste Teil das ja gar nicht hat, da hat er diese paar Goldmünzen und du wirst so leicht eingeführt in diese Welt und der zweite Teil, der geht da schon richtig tief rein. Das mit dem Anzug, finde ich, ist schon, wenn man drüber nachdenkt, ein bisschen seltsam. Ich frage mich immer noch, wie? Ja, was muss das für ein Stoff sein? Aber seien wir ehrlich, diese ganze Welt, die da gezeigt wird, ist halt so, wenn man mal ehrlich ist, so übertrieben, dass mich dann das auch nicht mehr stört. Ich will ehrlich sein, es gibt immer so einen Punkt, wo es dann too much ist. Also ein Paradebeispiel, für mich ist das unsichtbare Auto in James Bond, Die Another Day, was mich gar nicht geht. Aber dieser Anzug, den fand ich doch okay. Was ich halt großartig finde an John Wick, ist seine Action. Ich finde halt, der erste hat eine ultra geile Sequenz, das ist die am Haus und danach hat er gute Action. Ich finde, der zweite hat durchgängig echt grandiose, famose Action-Szenen. Man merkt glaube ich auch, dass wir ein bisschen mehr Budget hatten. Sie können sich auch so ein paar Sachen erlauben, die sie im ersten Teil nicht hatten. Also so ein Spiegelkabinett oder sowas. Und er ist um einiges brutaler auch. Er hat ja auch eine FSK 18 bekommen. Und das zu Recht. Ja, zu Recht. Auch allein die Themen, die da angesprochen werden. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, es gibt halt diesen Selbstmord. Das ist ja natürlich auch ein hartes Thema. Klar, das ist ihre eigene Wahl dargestellt, aber es ist halt, was es ist. Sie entscheidet sich, sich umzubringen. Ich muss auch sagen, dass die Selbstmordszene die Szene ist im Film, wo ich immer weggucken muss. Ich kann sowas nicht sehen. Hingegen, wenn er halt irgendwelchen Typen irgendwelche spitzen Gegenstände ins Auge raumt, ist so, ach komm, zeig mir das alles. Ja, ich finde dieses krasse Wegschießen, das ist halt auch so surreal. Du weißt halt, das ist gespielt, während so ein Selbstmord, der kann halt so geschehen. Wenn man damit Probleme hat mit solchen Themen, sollte man bei der Szene wirklich skippen. Ja, das stimmt. Es ist halt auch sehr stilistisch in Szene gesetzt. Also das hat klar natürlich nichts mit Realität zu tun, aber es ist trotzdem, wie soll man sagen, ohne dass es jetzt bescheuert klingt, aber es ist trotzdem gut gefilmt. Ja, ja, das stimmt. Dazu eine kleine Information. Regie führte diesmal nur der Chad Stahelski. Der David Leitch hat sich abgesetzt und hat dann sowas gedreht wie Atomic Blonde und Deadpool 2. Pah, kann ich ihm auch nicht übel nehmen. Ich finde einfach, dass man merkt, dass der Chad Stahelski den auch irgendwie ein bisschen besser inszeniert hat als den ersten. Also nicht, dass der erste schlecht inszeniert war, aber ich finde, dass der zweite mehr wirkt wie aus einem Guss. Ja, der wirkt minimal konsistenter vielleicht als Film. Du hast ihm recht gegeben. Ja, ja. Also ich sage ja nicht, dass der Film schlecht ist. Das auf keinen Fall. Er hat mich nur nicht so mitgerissen wie der erste. Es stirbt kein Hund. Was willst du denn auch mehr? Ja, es stirbt kein Hund. Das hat mich gefreut. Also die Szenen fand ich ja, da ist mein Herz aufgegangen. Wir kümmern uns nicht um Hunde, aber ich kümmere mich um deinen Hund. Ach, Freunde, Freunde, best friends forever. Der Typ kann gar nicht böse sein. Er kümmert sich um den Hund. Aber egal. Was mich so ein bisschen auch gestört hat, dass John so ein bisschen ein Nadelkissen wurde in diesem Film. Also im ersten Film, da wurde er ja einmal angestochen oder angeschossen und da war er wirklich verletzt. Also dann lag er flach. Man hat gesehen, der wurde erst mal sich ein bisschen drum gekümmert. Er musste viele Tabletten nehmen, damit er überhaupt weitermachen kann. Und ganz am Ende war der wirklich fertig. Also so, der konnte nichts mehr. Das fand ich halbwegs realistisch. Im zweiten Teil, da geht es glaube ich Minute 10 los, da hat er das erste Messer im Bauch gefühlt. Und dann immer wieder treffen ihn irgendwelche Leute in die Bauchgegend mit Messern und er läuft da halt immer so rum. Ja, ich blute hier zwar, meine Nähte gehen die ganze Zeit auf, aber ich mache weiter. Und ich denke mir so, es ist die Liebe seines Hundes, die ihm einfach am Leben hält, Sarah. Ja, ich weiß nicht, da hätte ich mir irgendwie, also man merkt schon, dass er verletzt ist, weil er auch einfach, ich sage mal, schlechter kämpft, das merkt man schon, so im Laufe des Films kämpft er immer schlechter, was halt nicht zu erklären ist, außer dass er halt verletzt ist. Aber mit so einer Stichwunde im Bauch, ich weiß nicht. Also das muss man vielleicht klar sagen, im ersten Teil hatte John Dick schon so Anwandlung eines Larger-than-Life-Heroes und diese Anwandlung wird vollendet im zweiten Teil, das stimmt. Ja. Also der steckt da Sachen ein, da würde unser einer wirklich sagen, okay, ab ins Tragenhaus, außer der Sven, der würde einmal tief durchatmen und dann wäre es okay, aber Sven ist halt ein harter Brocken. Nackt, nackt, nur nackt. Angezogen bin ich verletzlich, nur nackt. Und John hat auch das Glück, dass alle, keiner auf den Kopf ziehen kann in dem Film. Ja, das stimmt. Also manche dieser Killer sind so ein bisschen wie die Stormtroopers in Star Wars. Ja. Das stimmt schon, ja. Wobei ich aber finde, gerade beim zweiten, dass der auf jeden Fall Western-Anleihen hat. Oh ja, das stimmt, ja. Oh ja. Allein die Duelle, dieses vorher, dieses ewige Taktieren und dann wird schnell gezogen. Klar, natürlich Nero, dann gibt es auch teilweise West, also, die Musik hat auch einen deutlichen Western-Anteil und auch dieses Schnellziehen über die Hüfte, das hat mich so wirklich, dachte ich, ja, das ist, ist richtig, richtig Western-mäßig gemacht. Ja, im dritten Teil kommt noch Pferde hinzu. Uh, dann ist der Western komplett. Nee, im dritten Teil, dritte finde ich, bezieht sich eher so auf die asiatische Schiene. Das stimmt, aber er hat Pferde. Oder werde ich mich schon darauf freuen, ich sehe schon. Oh ja, oh ja, oh, die Pferde sind mies. Ja, nee, das ist schon, aber ich weiß, also ich fand, das Übermenschliche fand ich, ja, das beißt sich so gegenseitig irgendwann in den Schwanz, weil nämlich auch Winston an, nachdem Santiano die Münze halt einlöst bei ihm, er zu ihm sagt, du weißt gar nicht, was du angerichtet hast. aber, naja, aber das, das ist so klassische Actionfilm-Truppe, ne, hier, Gott vergibt Rambo nicht. Na, ja, klar, aber am Schluss, am Schluss, es ist ja wirklich, also, wenn, wenn er ja wirklich der schwarze Mann ist, dann, weiß ich den Schluss, den Nerven, wo er sagt hier von wegen, was hast du getan, was hast du getan, ohne jetzt zu spoilern, dann, eigentlich ist es, eigentlich ist es wurscht, ja, weil er ist einfach der schwarze Mann, der Baba Yaga, da können sie die ganze Kammer auf ihn loshetzen, das juckt er nicht, außer ein paar blauen Flecken und vielleicht ein paar Schlichtwunden. Ja, das fand ich auch so interessant, er ist im ersten Film ja diese absolute Gruselfigur und auch im ersten Teil des zweiten Films und plötzlich versucht dann, jeder möchte gern Assassine hin umzubringen, wo ich so denke, äh, vielleicht nicht. Ja, weil er, weil ein horrendes Kopfkirr auf ihn ausgesetzt ist Ja, aber ich muss doch als Assassine trotzdem überlegen, ob ich das Geld überhaupt bekommen kann, also überlebe ich das? Das ist eine Sache, die würde im dritten Teil auch entgegengeschleudert werden, warum die das überhaupt machen, ich meine, klar, wegen des Geldes, aber denen sollte klar sein, dass John Wick einfach der Beste ist, aber es ist den Aufmerksamkeit im dritten Teil auch mordscheißegal, wirklich. Ja, aber im dritten Teil ist es so, dass es allein diese Szene, Entschuldigung, lass mich jetzt auf den dritten, aber allein diese Szene auf der Couch, wo da Kaskus nebendran hockt und sagt, ich bin ein totaler Fan und richtig ausrastet, dass er nicht noch ein Selfie mit ihm machen will und sich ein Autogramm holt und da haben sie es wirklich so schön auf die Spitze getrieben, weil ich mir auch gedacht habe, sag mal, jetzt mal ohne Witz, also mit dem legst du dich doch einfach nicht an, das lächst du doch an, denk ich auch, scheiße aufs Geld, ich hab genug, den muss ich mir jetzt nicht auch irgendwie auf die Kerbe schreiben lassen, aber da Kaskus macht es so geil, wie der da auf der Couch rumrutscht und total, oh, ich bin so Fan. Ich seh schon, ich werd heute Abend den dritten direkt gucken müssen. Das hast du halt im zweiten nicht so und ich hab vor, also vor dem Sumo-Ringer hätte ich Angst und vor der Geigentussi hätte ich auch Angst, aber vor Ruby Rose, die mir wahrscheinlich trotzdem den Arsch aufreißt, keine Frage, aber sowas von. Aber, ja, wobei das finde ich halt schön im zweiten, auch so diese, ich nenne es mal Vielschichtigkeit, diese Auftragskiller. Ja. Die haben jetzt keinen richtigen Charakter, die sind einfach nur da und das ist so eine Hürde, eine kleine Hürde, die John Wick meistern muss, aber ich find das teilweise so schön vielseitig, kreativ und auch teilweise abgefahren, was da passiert. Ich meine, gerade noch versucht ihn irgend so eine Geigenspielerin umzubringen in der U-Bahn und dann muss er sich irgendwie gegen so einen Sumo behaupten, die immer auf den Kopf klettert oder so. Finde ich echt cool. Also, ich genieße diese Szene jedes Mal, wenn ich sie sehe und natürlich die legendäre Bleistift-Szene. Ich meine, im ersten Teil hieß es ja so, da hat übrigens mal Leute mit dem Bleistift getötet und man dachte sich so am Ende des ersten Teils so, ah, das hätte ich ja gerne mal gesehen und der zweite macht diesen Traum wahr. Das stimmt und er zeigt es sehr genau. Da kann man sich Notizen machen. Ja, der kann sich auf den dritten Teil freuen, ich sag nur Messer und Auge. Boah. Das ist das, was ich mir nicht angucken konnte. Das konnte ich mir im Kino schon nicht angucken. Da habe ich schon drauf geguckt. Ja, ich habe hingeguckt und dachte, blendet weg, blendet weg. Ha, 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 blendet weg, blendet weg. Ha, nein, sie blenden nicht weg. das war, jedes Mal, wenn ich es zu Hause sehe, kneife ich dann, kurz bevor es wirklich zur Sache geht, ich gucke weg, das Auge, das geht gar nicht. Alles andere meinetwegen, aber das, ach, ne. was ich beim zweiten Teil aber generell schön fand, um auch positive Dinge zu erwähnen, du. Ach, bislang hast du gar nicht so viel Negatives gesagt, ich bin ein bisschen überrascht. Ähm, ja, ich fand es sehr schön, dass man gesehen hat, dass John einfach sich mit den Waffen perfekt auskennt. also, der macht halt immer seine Checks, dass seine, ähm, Waffen ordentlich funktionieren und auch, dass er keine verkanteten Kugeln drin hat. Da macht er aber diese coolen, er macht das ja mit einer Hand, ich wusste gar nicht, dass man das mit einer Hand machen kann, diesen Check. Er dreht ja seine Hand, also ich denke mir so, was macht der da? Und dann habe ich überlegt, Moment, mit zwei Händen geht das, boah, der macht die Überprüfung mit einer Hand. Ne, da ist er schon, da ist er schon ordentlich, ordentlich trainiert, das stimmt, das sieht man auch, ja. Ja, und da, da merkt man auch, dass er wirklich Assassine ist, das fand ich sehr schön, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, was es beim zweiten ist, der hat mich einfach nicht so mitgerissen. Vielleicht, weil der Hund noch lebt? Ha, vielleicht das, vielleicht auch einfach, also ich fand, beim ersten war es halt persönlich, weißt du? Da war es so, seine Frau ist gerade gestorben und selbst wenn der Hund nicht so da gewesen wäre, das wäre zwar für mich dann nicht so mitreißend, aber es wäre immer noch die Frage, vielleicht hat ja einer von denen seine Frau getötet, so. Und man konnte auch verstehen, er war einfach noch im Trauern und deswegen ist er halt so ein bisschen durchgedreht und hat einfach mal alle umgebracht. Im zweiten Teil, das finde ich halt interessant, weil ich es nie so aufgefasst habe, dass das auch nur irgendwie im Raum steht, dass die Möglichkeit besteht, dass seine Frau ermordet worden ist. Also natürlich kann es sein, mit Gift oder so, aber für mich war das immer klar, dass sie halt normal gestorben ist an dem größten Killer auf all time, nämlich Krebs. Das denke ich mir auch und dann frage ich mich, was machen sie in Teil 4? Wie kriegen sie ihn nochmal richtig sauber? Ja, dann hat er ja kein Problem mehr, die ignoriert ihn eh. Ja, und genau, das macht ihn wahnsinnig und deswegen fängt er an zu töten und am Ende des vierten Teils schenkt er dann der mittesten Kanarienvogel und der wird dann von der Katze eines Gangsterbosses gefressen und dann geht es wieder von vorne los. Ich sehe schon, ich sehe schon. Am Ende hat er dann so einen kleinen, so eine kleine Heuschrecke. Mit dem Ponyhof, so. Oh, mit Therapie-Ponys. Genau. Die dich töten, wenn du ihn angehst. Kleine, aggressive Shetland-Ponys. Oh, da hätte ich aber Angst vor. Jetzt stelle ich mir diese eine Szene aus dem dritten Teil von Mit-Ponys, okay. Oh, nee. Nee, das geht nicht. Nein, nein. Okay, ihr Lieben. Ich glaube, wir haben jetzt wieder ausführlich genug über den zweiten Teil geredet, außer ihr habt noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt. Nichts mehr hinzugefüllen. Nichts mehr hinzuzufügen. Okay. Dann wird es Zeit für unser Fazit. Und wer möchte denn anfangen? Gut, dann bestimme ich das. Dann muss ich ja wieder auf Chef machen. Sven, fang mal an. Okay. Dem ersten habe ich fünf gegeben. Ich gebe dem zweiten eine 4,5. Weil er mir zu nah an der Jetzt-wirt-zu-arg-Grenze kratzt. So mit diesem kugelsicheren West und stichsicheren Westen. Das ist was, wo ich denke, das muss nicht sein. Er kann auch so alle töten, weil wenn er dann nämlich vorbeirennt und hebt dann sein Hemdchen ein bisschen in die Luft, während die anderen auf ihn schießen, das sieht, das ist nicht schon wirklich, das sieht ein bisschen lächerlich aus. Ansonsten hat der Film trotzdem super Action und auch eine meiner Lieblingsszenen, und zwar den, den Katakomben, das ist das beste Shootout im Zweiten für mich, aber irgendwann läuft es ein bisschen tot. Und da schleicht sich doch tatsächlich auch etwas, also ein klein wenig Langeweile manchmal rein. Ja. Sarah. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dem ersten Teil gegeben habe. dem Zweiten würde ich aber, ich schwanke zwischen 4 und 4,5, aber du hast gute Argumente für eine 4,5 gegeben, Sven. Ja, ich habe auch da, das ist auch so. Da bin ich einfach mein Mitläufer. Wenn das jetzt dieselbe Bewertung ist, die ich dem ersten gegeben habe, dann muss ich die 0,5 nochmal abziehen. Ja, wie du schon gesagt hast, also, es ist ein schöner Film, darf man, also der ist super, den kann man gucken, der hat schöne Action, der hat Wumms. Manchmal, ja, sind die Kämpfszenen nicht so kurz und knackig wie im ersten. Und ansonsten, ja, schöner Film. Nicht ganz so stark wie der erste, meiner Meinung nach. Okay. Ja, ich bin da ein bisschen verdattert, weil ich irgendwie dachte, jetzt kommt da irgendwie 2,5 oder 2 Punkte. Aber das ist ja, Gott, ich habe umsonst Sorgen gemacht, ist ja schlimm. Ich habe dem ersten 2,5 gegeben. Ich weiß, ich bin ein Bastard. Ich würde dem zweiten, aber tatsächlich 4 geben. Ich finde den richtig, richtig gut. Ich genieße jedes Mal, wenn ich den gucke. Für mich der beste Teil der Reihe bislang. Und ja, ich finde, damit können wir noch abschließen. Mit drei sehr positiven Wertungen für diesen sehr positiven Film. Genau. Gut, dann sage ich Adieu, ciao, ciao, servus und auf Wiedersehen. Gehabt es euch wohl und dann darf die Sarah noch Tschüss sagen und dann das Wett. Ich sage auch nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Von mir auch nur ein Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden von denen Sie glauben. Unserer Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne verlassen können auf den Social Media Plattformen wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen. Bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann und bewerten Sie uns. Das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit und via Paypal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Show Notes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.